Ich werde mich ganz nach ihren Spezifikationen richten. Wow, ich kann hier kein Transportmittel nutzen. Welcher Quest war denn da, wo du gestorben bist? Ach du Scheiße. Hast du irgendeine Helden 2 Plus Quest? Die sind alle Helden 2 Plus, die ich habe. Da müsste die eigentlich dabei sein. Ein Pfund Fleisch. Irgendwas mit Energie und so weiter. Der Hunger der Fürbütre. Ja genau, das ist genau das. Boah, mal gucken. Liegt das Sterbe oder nicht? Jetzt muss ich erstmal zu der Entrulla zurück. Vielleicht kriege ich von der eine gute Belohnung. Oder auch wieder nur irgendeine Crap, die ich nicht brauche. Du, 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 du. Gleich geht's besser. Hättest du mich mal nicht angegriffen, du Kackbrüder? Äh, so. Äh? Er hat nur versucht, sein Volk zu rächen. Wenn wir jeden eroberten Planeten betrauern wollten, wären wir niemals zum Imperium geworden. Könntet ihr eine weitere Aufgabe für uns erledigen? General Colvin vom Imperialen Bergungsdienst hat mir eine Nachricht geschickt. Er dankt euch für alles, was ihr getan habt und glaubt, ihr könntet vielleicht ein Geheimnis aufdecken, dem das Imperium schon seit Jahrzehnten auf der Spur ist. Wow, und wieder nur Crab-Rüstung gekriegt. Mann, 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 ey. Was soll das? Geh ich zum Taxi, jetzt mach ich auch diese Fub-Bub-Bub-Bub-Mission. Also, ich hab bei überhaupt, beim zweiten Mal, kein Problem gehabt. Ich hatte nur beim ersten Mal das Pech, dass dieses Viech meinen Heiler eingefroren hat. Und dann eine Power-Kombo hintereinander. Und dann war ich so schnell tot, dass ich gar nicht auf meine Lebensanzeige geachtet habe. Auf was achtest du, wenn du dir neue Rüstung zulegst oder Waffen, was die außer Schaden noch machen? Naja, du hast ja dann einfach, erstens, muss natürlich das Plus-Zeichen überwiegen. Ja, klar. Zweitens, ich hab mich meistens nur bei Sachen, wo ich überall Plus steht. Und drittens ist, ein kleiner Hinweis noch, bei Sachen, wo dieses Pfeil-Geschenk-Dingsbums, dieser grüne Pfeil oben links ist, sind sie mal, ähm, sagt das Spiel dir, sind sie meist besser. Ja, aber trotzdem ein kleiner Tipp. Guck beim Gesamtwert, dass die Ausdauer so viel wie möglich mehr hat, als dein altes Teil. Denn je mehr Ausdauer, umso mehr Leben hast du. Äh, sicher, dass die Ausdauer nicht die Macht beinhaltet? Nein, das, äh, ist dann, warte, das nicht, das nicht, äh, Macht ist die Beherrschung. Ausdauer ist wirklich, ähm, hat was mit Leben zu tun. Das siehst du ja auch, wenn du dein, ähm, Charakter-Mini offen hast. Perfekt. Das steht ja links, Beherrschung, Ausdauer, Angriffskraft, bla 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 bla. Und wenn du auf, nur mit der Maus auf Ausdauer gehst, steht da, maximal Gesundheit plus das und das. Bei mir steht plus 3470, maximale Gesundheit. Gesundheitsregeneration plus 10,4, maximale Gesundheit plus 3470. Und ich habe aktuell eine Lebens-Dings von 4.000. Also ich wollte gerade fragen, weil die 4.000 habe ich schon auch und wo steht die andere? Äh, wo steht das? Mit, bei C? Ja, und dann hast du ja links stehen, Beherrschung, Ausdauer, Angriffskraft, bla bla bla. Mhm, mhm. Wo habe ich da leh? Ausdauer, geh auf Ausdauer. Da steht da, maximale Gesundheit plus 3470 bei mir. Bei mir, maximale Gesundheit plus 3574. Du hast also auch 4.000, das heißt, du hast sogar weniger Gesundheit als ich, wenn wir alles ausziehen würden. Wieso habe ich weniger als du? Weil du bei Ausdauer maximale Gesundheit mehr stehen hast und ich habe da weniger stehen. Das heißt, ich habe generell mehr Gesundheit und ich komme mit den 3470 auf 4.000. Das heißt, wenn ich... Ich glaube, ich glaube, unsere Gesundheit da unten ist unsere feste Gesundheit. Die steigt pro Lenn. Das mit der Ausdauer hat wirklich noch was anderes. Das ist ein Bonus zu unserer normalen Gesundheit. Dann müsste aber drei, äh, jetzt, äh, regulär Dingsbums dastehen. 7.000. Ach, die leckt mich doch. Das ist mir doch scheinbar. Ähm, nein. Nein. Geh mal unten. Unter deinem Charakter-Mannel hast du, da steht auch nochmal Gesundheit. Basis-Gesundheit ist bei mir 1340. Bei mir 1400. Plus Bonus 3574. Macht aber insgesamt, ähm, 4974, wenn man zusammenrechnen würde. Hm, die hat, ne, das ist durchs Level gedrosselt auf 4000. Ach so. Siehst du, also die Basis-Gesundheit ist, äh, viel geringer als sonst. Also achte drauf, dass bei deiner, äh, dass deine Rüstung auch genügend Ausdauepunkte immer hat. Äh, meine hat sogar mehr als deine. Ja, und trotzdem überlebe ich fast jeden Kampf. Ja. Äh, Dunkel 1. Nächste Stufe, minus 20.000. Dunkel 11.000. Mir fehlen noch. 8.091. Dann bin ich Dunkel 2-Ausrichtung. Okay. So, hier ist das Gleiterteil. Jetzt will ich zu diesem Fubra-Bub. Äh, hallo? Wo? Hä? Wo verfickt das? Ach, ich wusste auch. Siege Sabdane, besiege die Republikanischen Gefangenen, bla bla bla. Nee, ich will dieses Fubra-Bub. Die Taxikanformen sind geöffnet. Äh, Hunger der Fubra-Bub. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Also, du willst es jetzt gefühlt nur machen, um mir zu zeigen, dass du nicht stirbst. Ja. Äh, oh, mein Sohn und meine Ex haben mir ein Foto geschickt. Mein Sohn schreibt mir, sie sind in Birna. Hä, wo grillen die denn? Ich hätte ja meine Ex mal Bescheid geben können, wenn die irgendwo mit den Kindern hier in der Stadt ist. Weil die da irgendwie was mit Feuerwehr, ein Feuerwerk haben. Äh, Joe mit hingehen, hingehen gekonzt. Sind ja auch meine Kinder. Mann, 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 ey. Diese Frau macht mich fertig. So, ich muss einmal da runter. Zu den Fubra-Bub-Bum. Na gut. Äh, Spielwählen. Ja, ich bin es. Jonas, das ist jetzt auch meine letzte Offenheit. Aber dann mache ich erst mal aus. Bis dann, bis später. Bis dann, tschüss. Tschüss. So, dann machen wir jetzt noch hier ein, zwei Sachen alleine. Einen Moment, bitte. Major Damaro ist vom Kriegsministerium. Ich brauche eure Talente für eine sehr dringende Mission. Was hat denn das mit dem Hutten zu tun? Dies ist mein Partner, Kabura der Hutte. Sein Kartell leitet den Netzzucker Sektor. Das Herzstück des gesamten galaktischen Holonetzes. Die imperiale Sicherheit steht auf dem Spiel. Es ist technisch unmöglich, die Abwehr der Hutten zu durchbrechen und so viel Kontrolle zu erlangen. Ihr müsst der Sache auf den Grund gehen, und zwar unverzüglich. Ich soll der Sache nur auf den Grund gehen? Nein. Wenn es in eurer Macht steht, sollt ihr die Bedrohung außerdem so schnell wie möglich beseitigen. Durch eure Fähigkeiten seid ihr die ideale Person, um die Sache zu übernehmen. Es ist so gut wie unmöglich, ins Datenzentrum zu gelangen. Im Netzzugriff gibt es eine Reihe von gut bewachten Konsolen. Jede besitzt einen eigenen, zeitlich begrenzten Code. Beschafft sie euch alle und eilt dann zum Datenzentrum. Wenn ihr das Datenzentrum-Zugangsterminal mit allen Codes erreicht habt, melden wir uns mit weiteren Anweisungen. Verstanden? Die Codes beschaffen, die Konsolen zerlegen, mich bei euch melden, wenn ich dort bin. Viel Erfolg! Ja, na dann. Seid ihr ein paar Luschen, dass ihr das nicht mal hinkriegt. Und zwar, da muss ich hin. Äh, ist sicher, dass ich da hin muss? Da, Hunger der Frupp-Rupp-Bümme. Habe ich jetzt gerade eine falsche, äh, andere Quest angenommen, als wie ich wollte? Na, na joo. Wow. Was war das gerade? 0 für 3, habe heute Schüsse und ein Gehäuse. Blablabla. 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 Eins von zwei. Und da steht schon die nächste Kiste. So, abgeschlossene. Jetzt plündere Energie-Koppler-Teile von Flur-Bum-Bum. Na dann, komm. Na dann, komm. Und, besser. Zwei von drei. Zwei von drei. Zwei von drei. Zwei von drei. Die haben es ja mal echt in sich. Geh mal da rüber zu denen. Zwei mal älteste. Ach komm, krieg mal hin. Na komm, fall in die Augen. Da haben wir das Teil. Jetzt müssen wir dahin. Eliminiere die und die Droiden. Ja, gut. Gehen wir erst mal auf die Droiden hier, weil da steht irgendwas. Oh, okay. Oh. 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 So, die haben wir alle eh nicht. Oh. Wow. Oh. Stop, bitte auch, Entschuldigung! Ja, so kann man es auch mal, ne? Ja, so kann man es auch mal sehen. Ja, wenn das der war, wo Darko verloren hat, dann easy. Ah, da hinten gab es nichts mehr zu reparieren. Okay. Ah ne, da ist nochmal so ein ältester. Dann waren die das wohl doch nicht. Äh, 16 von 20, 16 von 20. Da muss ich hin und da muss ich hin. Ja, da muss ich hin und da muss ich hin. So, äh, wir gehen hier drüben lang. So, äh, wir gehen hier drüben lang. Ja, Alter, wie wärs denn mal mit heilen? Boah, leck mich doch, arme Hintern. Na ja, komm, da gehen wir zum Medizenter zurück und beenden mal die Aufnahme hier erstes Mal. Ähm, so viel ist es ja nicht mal, was ich zu machen habe. Gut, dann war's das mit der Folge.